Ja, servus, ich bin's, der Stefan vom Schliersee-Magazin. Seid ihr auch noch auf der Suche nach schönen Weihnachtsgeschenken? Wie wär's denn dann dieses Jahr mal mit Weihnachtsgeschenken vom Schliersee? Und dafür braucht man ja nicht unbedingt in Schliersee sein oder nach Schliersee kommen, sondern ihr könnt euch auch das ein oder andere schöne Weihnachtsgeschenk per Post schicken lassen. Ein paar von den Möglichkeiten von den Anbietern hier am Schliersee, die per Post verschicken, die stelle ich euch heute mal vor. Besuchen werden wir jetzt gleich die Angelika Prem auf dem Hennererhof. Die wird euch dann mal ihr Sortiment vorstellen und euch auch erklären, wie das Ganze abläuft mit der Bestellung. Und dann kann ich eigentlich nur noch sagen, viel Spaß dabei und sucht euch ein paar schöne Weihnachtsgeschenke aus. Ja, jetzt sind wir auf dem Hennererhof bei der Angelika. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, schön, dass du zu uns kommst. Ja, gern mache ich das. Ihr habt ja Bauernhofcafé und dann Bauernladen. Ja. Aber das ist ja noch nicht alles. Was machst du denn sonst noch alles? Ne, unsere Nudeln machen wir noch selber. Das ist, wir haben ja im Stall einen Haufen Henner und das werden wir dann verarbeiten mit Dinkelmehl. Genau. Und ja, meine Kräutergeschichten. Das mag ich halt ganz gern. Ah, okay. Das heißt, ich habe ja gelesen, du bist auch Kräuterpädagogin, oder? Genau. Ja, genau. Und im Sommer mache ich Heilkräuterseminare. Und wir haben jetzt da so ein bisschen ein Beispiel da. Und wer Lust hat, der Partner, der Freundin, der Oma, keine Ahnung, einen Gutschein schenken zu Weihnachten. Das wäre halt auch eine Idee. Genau. Das heißt, ihr schreibt mir eine E-Mail und dann kann man den Gutschein kaufen. Für nächstes Jahr sind feste Termine. Okay. Gut. Das heißt, ihr habt keinen Online-Shop, sondern es ist ganz einfach bei dir. Man schickt dir eine E-Mail und sagt, was man haben möchte. Ganz genau. Und du verschickst es dann. Und ich verschicke es dann, ja, für Weihnachten. Sehr schön. Ganz eine besondere Idee ist natürlich auch unsere Brutback-Seminare. Das ist für die Familie oder auch mal für den Betrieb als Fortbildung, als Teambildung, damit dann Brutbacken. Das wird sehr gut umgenommen. Da gibt es natürlich Herrgutscheine im Vorfeld. Das ist halt was Besonderes. Ja. In Schließe Brutbacken. Ja, super. Genau. Das heißt, richtig gute Ideen für Weihnachten eigentlich. Eigentlich schon, ja, genau. Wie ist das jetzt praktisch? Wann muss man denn eigentlich oder bis wann muss man bestellt haben, damit es dann wirklich noch rechtzeitig kommt zum Heiligen Abend? Also spätestens, wenn es mit der Post rausgeht am 20. Dezember, das wäre ganz gut. Dann können wir unsere Produkte von Nudeln, von Tee, von Kräutergeschichten schicken. Wäre ganz, wenn es wirklich pressiert und das hat jemand was vergessen, das geht sogar am Heiligen Abend selber dann mit E-Mail noch, wenn man mit die Gutscheine. Das ist dann zum Ausdrucken, das ist so wirklich so kurz vor Schluss, das ist einer Blick. Also quasi die Last-Minute-Geschenke. Ja, genau. Ja, super. Prima. Vielen Dank. Alles klar. Sehr schön. Dann sage ich vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. Und dann werde ich jetzt gleich mal nochmal durch euren Laden stöbern. Ja, alles klar. Danke dir. Ist ja geil, danke. Jetzt bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern und Shoppen. Bin mir sicher, ihr findet ein passendes Weihnachtsgeschenk hier vom Schliersee. Und bis zum nächsten Mal. Euer Stefan vom Schliersee Magazin. Servus. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank.